Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal und ja, ich bin's wieder, Joe Gamer und ja, heute mal wieder Ballstars. Ja, ich hatte gerade ein Ding in der Zeitung aufgemacht, aber die Aufnahme hat nicht funktioniert. Leider wird da ab, ist ja nichts passiert. Ich hab einfach diesen Stasen aufgemacht und so mehr nicht. Deswegen, wir haben einfach heiles Chaos bei Edgar bekommen und so mehr nicht. Ist ganz cool. So, kurze, naja, nicht Eigenwerbung, aber ja, für Ballstars. Falls ihr einen Club sucht, joint gerne das Joe-Team. Ihr braucht auch gar nicht, also ihr könnt einfach reingehen, ihr müsst nichts machen. Ist natürlich für jeden offen, ihr müsst gar nichts machen dafür. Das heißt, ihr könnt einfach reingehen. Ich meine, ihr müsst mich ja nicht mal kennen, also ihr könnt auch einfach in den Club reingehen. Zum Beispiel hier hat man einen neuen Club gesucht, zum Beispiel. Ich glaub, der kennt mich gar nicht so. Liebe Grüße gehen natürlich alle raus an die, die im Club sind. Zum Beispiel ist der Toni, den Ani cool, den Wal, den Dominik ist cool, den mit diesen Emojis hier. Wer ist hier denn noch drin so? Ronaldo stinkt. Genau, Gruße an alle, die in meinem Club sind. Genau. Ähm, ja. Okay, let's go. Direkt, Leute, wir gehen direkt in die Runde rein. Voll easy. Okay, ich glaub, wir holen uns direkt die Box hier. Easy. Ein bisschen besser. Man merkt so, wenn ich öfters so Aufnahmen mache, oder ich hab das Spiel jetzt letztens privat gespielt, mit einem Zuschauer. Das war tatsächlich der Runde stinkt. Wie gesagt. Genau, mit denen hatte ich privat gezockt. Ähm, ja, dann merkt man einfach, wenn man öfters kann, dann... Dann, dann... Keine Ahnung. Kann man irgendwie mehr nennen? Dann kann man auch so etwas besser spielen. Schwer? Reiche mir einfach so easy aus mit so? So. Natürlich fühl ich nicht so, dass ich der Beste bin, ich eigentlich auch... Nicht so gut. Damals... Damals... Ich hab ja... Ich hab ja euch ja schon erzählt, ich hatte ja hier damals auch einen Account, der irgendwie weg ist. also er ist noch online aber er war noch online genau und das ist also ja wie kann ich das erklären so dass halt so dass genau da kann ich nicht mehr zu zugreifen und immer recht in so einer runde gewonnen oder verloren habe erst mal so ich hatte diese spiel erst mal ich sage ich jetzt die ist gleich so richtig immer direkt streit anfangen er wird direkt stress anfangen und ich sage euch der von stress anfangen hier richtig stress ok leute war hier nicht ein gegner reingelaufen dass ich richtig hier ist ein gegner eingelaufen ich jetzt mega ich glaube ich hatte weniger leben als er und ich glaube er hat das sogar weniger als naja die meisten die mit skins spielen bei ballern sind auch meistens besser das war natürlich nur glück das man ich gebe sehr gerne ich gebe sehr gerne zu ich bin nicht so immer wenn ich mit mordes spiele mit edgar kommen auf einmal 10.000 spieler die auch mit edgar spielen was ist da los also als ob es das so erkennt okay dann nutzt etwa dann kommen jetzt alle anderen auch in der halbe gesehen ich glaube da waren drei eckers mit ihm nicht gegen dich also der der gespielt hat ja das war jetzt aber nicht so nett Buff. Bäm. Bäng. Buff. Bäm. Bäng. Buff. Bäm. Bäng. Egal. Zack, 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 zack. Okay, Junge, Digger. Kannst du kriegen, Alter. Jetzt direkt hier hinlaufen, direkt wieder verstecken. Jetzt kommen die da hin, ne? Ne, ich komme da nicht. Loll. Jetzt? Exelie. Mario. Okay. Okay, Leute. Oh, nein. Der kommt, der hat zwei auf einmal. Ja, moin. Ja. Oh, das ist ein Reihenfall. Nrg. Oh. Kannst du vergessen. Indirekt. Warum dauert das so lange? Nrg. Komm, 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 komm. Ja, Leute. Oh, nice. Oh, Leute. Yo, eigentlich schalten wir schon wahrscheinlich mal einen Brawler. Brawler. Brawler frei. Ich glaube, das ist mir nicht wahr. Ja, wir können den so easy freischalten. Wir haben als Grupp hier schon drei und vierzig. Leute, die können uns einfach so gratis rosa holen. Rosa ist nicht. So, was hat er gerade gesagt? Nein. Nein. Der hatte irgendwie gerade so ein Stimpfwort gesagt, glaube ich. Hä? Ich muss mir die Aufnahme gleich anhören. Wer ist Schack? Ich habe irgendwas verpasst. Ey, ich kenne Schack nicht. Ich will ihn auch probieren. Nein. Ist voll langweilig, wenn man ihn ausprobiert. Ich kann ihn irgendwie freucheln, Leute. Was ist denn nach ihm? Nach ihm? Welcher? Der Sägnatrat, der ist mir da gekommen. Ja, doch, dann kann da Carl aussehen. Das ist schon geil. Und danach will ich direkt zunehmen. Sagen wir jetzt egal. Easy, komm rein. Zack, easy. Leute, Leute, wir haben direkt einen neuen Ball aufrecht. Okay. Ne, 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 direkt Carl. Carl bist du. Carl ist cool. Also, Leute, ähm, der Carl auch mag. Er ist mal an Langton. Nein, Spaß. Genau, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Genau. Zum Glück hat das Video, wo ich dieses, diese Art, diese Art, Leute, wie hieß dieses Spiel? Kennt ihr das Video? Wo ich dieses eine Spiel gespielt habe. Das ist echt geil. Ja, moin, mein Schuh hat erstmal mega geknackt, Leute. Gönnt euch diesen Schuh-Sound. Ja, moin. Okay, Leute, zeig dir halt mal auf dem 3-Hoch-Level. Sonst solltest du nichts gebrauchen, der Borla. Das ist nicht so gut. Der. Was ist mit dieser Schuh los? Ich glaube, der Schuh ist einfach so aus dem 19-Jungen-Jungen. Das ist ein Gaming-Stuhl. Und gönnt euch mal dieses Geräusch. Boah, wenn du ein Gaming-Stuhl kaufst, einfach so und denkst dir so, boah, geiler Gaming-Stuhl und dann hast du den Sound. Ja, moin. Obwohl, der heißt, oder? Ist das normal bei Gaming-Spielen? Bin ich jetzt so der Ultimate-Nuke oder? Weiß ich einfach gar nicht so bei Gaming-Spielen. Ich glaube, das ist bei jedem so. Also nicht bei jedem, aber bei vielen Jahren jetzt. Das wäre vielleicht so unmütig. Da war einer. Ganz sicher. Ah, ja. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich hab dich gesehen. So, und dann hab ich noch deine Nase geklaut. So. Moin. Nope. Kollege. Du wolltest bestimmt mal mein Merch kaufen. Ja. Kauf. Keine Flasche. Okay. 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 Let's go. Nicht so rum, der Digga. Direkt. Besiege drei Leute. Ja. Besiege drei. Gewinne drei. Ich sag gar nichts mehr. Okay. Ich sag doch wieder was. So, Leute. Jetzt aber hier ernst. Jetzt keine mega schlechten Witze, die gar nicht lustig sind. Eigentlich sogar gewünscht sind. Nein. Moin. Hallo. Hola, Karl. Hola. Nein. Ich mag dich nicht. Doch, jetzt mag ich dich wieder. Nein. B. Ich glaub, er hat noch 100. Nein, B. Bitte nicht. Komm. Ich fiel dich an. Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Ich sag nein. Dann heißt das nein. Komm, Uzi. Ja, komm. Glück gehabt. als ob ich schon 11 Minuten spiele in dieser Zeit. Immer wenn ich zocke, die Zeit, wie die Normalform geht, obwohl die Zeit geht schon zu schnell rum. Also ich sage dir ganz ehrlich, ein Tag fühlt sich wie eine Stunde an. Das ist dieser Autowerfer schlecht. Ich mache Autowerfer. Das ist auch ein richtiger Nub. Das kann auch was. Nein, 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 bitte nicht. Okay. Ja, ja. Ewig? Ewig? Was ist das? Ich muss da hinwerfen. Ah, das war schlau. Zack und da. Ich möchte direkt die... Ja. Ich hätte eine Erde auf der Einkommen. Ich bin hofft, die Ärzte sein können. So, schön. Erster Platz. Ich würde sagen, wir enden gleich die Aufnahme. Ich mache direkt hier. Easy. Oh, was? Six-Sider-Läger. Wow. Kein. Jetzt go rein. Und da. In dieser Folge bin ich aber sehr. Schlechte Witz und schlechte Sprüche. War voll. Sorry. Wahrscheinlich nerv ich euch voll damit, dass ich hier... Wie weit geht es in Fahrt? Dass ich hier die ganze Zeit so voll... Cringe... 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 80 Münzen, Läger. Ja, moin. Trophäen, Läger, NNN. Wow. Hol dir mehr Bling. Gibt es Bling? Kann man hier auch Bling gewinnen? Natürlich nicht. Oh, machen wir einen Go. Wir brauchen 2.000 Trophäen, Leute. 2.000 Trophäen. In 13 Tagen schaffen wir. Leute, schaffen wir das. Wir schaffen es. Alle Bling nur. Braucht keiner. Ja, obwohl. Es ist halt cool. Man kann sich Skins kaufen. Also. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wie viel Bling kostet denn so ein... Skin? Ja, okay, der ist cool. Tja. Der billigste Skin kostet 2.715. Da würde ich mir auf jeden Fall aber nicht so ein... Das geht so. Dann würde ich mir den holen. Das sieht so komisch aus. Egal. Egal, also. Ähm, genau. Ja, falls euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ähm, genau. Und dann gerne diesen Team hier. Geht gerne. Sehr gerne. Mein Roblox-Account funktioniert. Ja, geht gerne. Bei Roblox und auf. Hinzufügen. Freunde hinzufügen. Und dann... Und 1, 2, 4, Hallo. Easy. Wichtig. Wichtig und richtig. Ja, tschau Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und tschau.